Die Kugel Es gibt Menschen in der Zukunft, die uns brauchen Sie haben keine Ahnung, worauf Sie sich einlassen, wenn Sie durch diese Tür gehen Tja, aber ich gehe, also werde jeder Zipfel kommen Wenn Sie die Luftschleuse verlassen, nehmen Sie sich einen Moment zur Orientierung Es können Verzerrungen beim Sehen und Hören auftreten Was denken Sie, ist das alles? Die Trümmer eines kommenden Krieges Sie wollen ein Flugzeug? Das Flugzeug crashen lassen? Wie groß ist denn das Flugzeug?